Alter, du bist ja größer als Jens. Hi. Krass. Ha, überholt. Seht ihr das? Du musst nur die Geheimnisse aufdecken. Und schon vor Honor. Okay. Aber wisst ihr, wo mein Account war zu diesem Zeitpunkt? Der andere, der war Rang 24. Guck mal, wo Maxim jetzt ist. Seite 3 ist Maxim. Ey, ist voll gut. Aber 17,5 ist halt noch kein richtiger Account, ne? Was ihr nicht wisst, das ist natürlich jetzt Lucky, das wussten wir vorher nicht, aber Shorty ist Speedrunnerin in Monkey Island. Nein, nein. Alle durchgespielt. Und hält den aktuellen europäischen Rekord im Teil 2. Nee, 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 nee. Wer hat gerade dieses Klopfen? Nee, 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 nee. Ich hatte gerade einer so ein Klopfen gemacht. Und das war im Studio. Fuck you. Nee, nee, Maurice, ich bin raus. Ich bin raus, das war's. Wir haben noch eine Technikfrage. Ist der Paper Glitch, also der Skip, ist erlaubt oder ist er verboten? Wir müssen es halt wissen. Also muss davon Glitches benutzen oder nicht? War der hier gerade an der Tür, Turi? Macht ein Turi da. Oh, Turi wird gerade erwirkt. Andi, Turi wird gerade erwirkt. Turi ist tot. Von dir? Mach mir jetzt auch die Mäntelfrisur. Sollen wir die alle machen? Oh mein Gott, die ist ja fast genauso. Ja, mach sie die auch bitte. Sieht ja wirklich genauso aus. Sieht ja wirklich so aus. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich kann nicht voll gut Mario spielen. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? Ein Tier? Ja. Äh, ein Hohenkrebs. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Warum hast du das gesagt? Ich glaube, hast du das gesagt. Da wird geheult, der Traktor. Ja, aber guckt ihr das mal an. Ihr passt hier in Helden-Geschichten. Habt ihr Ball? Nein. Also das ist der Hammer. Da ist jemand gestürzt. Oh mein Gott. Das ist wirklich wie Tackling vs. Tackling. Komm, Schafe. Lasst euch nicht klauen jetzt. Auf den letzten Metern. Lach mal wie Gunnar, Matthäus. Kann ich nicht. Wie lacht ein Gunnar? Hihi. Hihi. Genauso, ey du. Ja, guck mal. Oh, wow. Oh, Leon ist raus. Leon ist raus. Nein. Nein. Wie hat es sich denn da so räumlich in die Ehe? Oh mein Gott. Ey, sind noch mal. Wie A-K-Russo. Ah! Fuck, ihr. Ich sterben. I try. I try. Oh. Das ist vielleicht die Chance für Team Rocket Beans. Warum kein Weltwunder, wenn ich diese Einfragen noch einmal lese, dann raste ich aus. Ich hab Sternen. Also das sieht wirklich aus wie Speed-Roggers hier gerade. Das sieht richtig cool aus. Speed-Hannah! Ich bin Speed-Hannah! Ich hab nicht vertreten. Bitte hör auf, wir sterben alle. Okay, stopp, stopp, stopp. Na vor sich, vor sich. Das ist gut. Oh, was war denn das? Mehr 2 zu 2 und Brecht spielt. Oh, es hat nur das Gesicht. Beine geklickt. Das ist der Sieg für Bontra. Roger hat gewonnen. Double Kill am Ende. Ich dachte nicht, ich bin doch. Da fangen sie sich um die Arme. Da greifen die Hände ins Gesicht. Sie können es kaum glauben, das ist der Sieg. Das ist vor viele Stunden. Wir warten Sieg. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Hahaha. Also wie kann man denn so niederträchtig und niederträchtig sein? Warum stalkt Matteo mich eigentlich? Der hat mir den Kopf gegibt. Stalken? Stalken? Ey, der ist wie so ein Savant-Kit. Der ist einfach so, der hat so eine natürliche Ultrabegabung für einen Shooter. Hat den aber einfach niemals gespielt. Und jetzt mit Ende 40 entdeckt er, dass er einfach ein Wunderkind ist. Wenn man einfach jeden im Korb gibt, den man trifft, dann ist doch logisch, dass man immer alleine bleibt. Das Witzige ist, es gibt bestimmt Leute, die glauben echt, ich meine das ernst. Ja, ich? Ich fahrt nach Hause, dann machen wir das auch, oder? Ey, ich bin... Du geh... Ah! Ich habe heute Morgen das Bonjoa-Video dazu gesehen. Einfach anklicken. Ja, wie gesagt, also wirklich, ich muss wirklich da Props geben. Gerade an Niklas und Leon von Bonjoa. Ich habe da so viele Streams zugeguckt. Und ich liebe es, denen zuzugucken. Das macht so Bock bei denen. Das ist geil. Hehehehe.